Hallo zusammen, ich habe einen Chat im Versicherungsgleich gemacht. Heute zum Thema Lebensversicherung, weil das so ein allgemeiner Begriff ist. Aber was ist eigentlich eine Lebensversicherung? Eigentlich müsste man es unterteilen zwischen Erlebensversicherung, also wenn ihr es erlebt im Alter und bekommt Geld über, dann könnt ihr es aber auch mit 40 schon machen. Und hier das für eine Risikoversicherung. Das ist dort, wo ihr das Geld nicht überkommt, aber die hier hinten Bleibenen, die Familien. Aber nicht einfach nur etwas abschliessen, bevor man so etwas macht, dann frage ich mich, was ihr für Wünsche habt, was ihr für Ziele habt, was ihr für Bedarf habt. Und für das haben wir ein Tool, wo man alle Angaben von euch aufnimmt und dann eine Analyse erstellt. Was braucht ihr ganz genau? Und zwar haben wir hier das Formular, wo wir das alles abnehmen, aufnehmen, seriös behandeln und dann sitzen wir zusammen. Und dann schauen wir uns an, was ist eine Lebensversicherung. Also, rufen wir an, schreibt mir eine Mail. Danke vielmals. Tschüss zusammen.